Hallo und herzlich willkommen zurück, wir haben ziemlich viel Holz vor der Hütte, aber vor allem in der Hütte und weil es hier noch geflissentlich bzw. extremst rein regnet, müssen wir a hier nochmal ein Loch rein prügeln und b wieder ab aufs Dach und zusehen, dass wir das dicht kriegen, bzw. das Dach ist ja eigentlich dicht, ich brauche hier nur hier mit Steinen noch ein bisschen rum klotzen, manchmal lieber von oben, dann verschwende ich nicht so viel. Weil rein optisch muss es ja nur von außen gut aussehen, vorerst, oh da habe ich mich verjuppelt, verjuppelt habe ich mich da, so hier noch zu und dann realisieren wir langsam, dass wir da mal die Steine nicht ausreichen, so eine traurige Welt, 15 habe ich noch, wie schnell die weg sind, hätte ich mal nicht da oben die hingemacht, könnte die mir ja einfach wieder klauen, ganz dreist, und so tun, als hätte ich sie nie da oben hingesetzt. Wäre das sehr böse? Nö. Ich behaupte mal das nicht, jetzt komme ich nicht da hoch. Ah. Ah. So. Ernsthaft? Bin ich jetzt durchgefallen? Warum falle ich immer irgendwo durch? Das tut mir weh. Das macht mich traurig. So. Äh, weiter komme ich nicht. Moment. So, Mist. Aber hier muss er eh wieder... Hä? Hä? Hier muss er eh wieder vor. Äh, dicht. Na, jetzt lass mich doch nicht da runterfallen. Oh. Albane Sau. Nochmal. Ja, da oben einen Stein drauf gesetzt. Ich hab's auch grad gesehen. Hier so. Und dann so. Und dann ist alles gut. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich da nicht irgendwie runterfalle. Ha. Es geht auch nichts um... Äh, nichts über doppelte Arbeit. Man kann sich Arbeit nicht oft genug doppelt machen. Mann, warum funktioniert das hier schon wieder nicht? So. Gut. Gut. Und es rört immer noch. So, das bleibt. Ist ja das, äh, Markierungsstück. Und was haben wir denn mal richtig, richtig oft? Ja, hier die Dschungelwood-Planke. Die sehen nicht so viel am Platz aus. So. Und dann kann ich den anderen Quatsch wieder draufzimmern. Als wäre nie was gewesen. Wenn ihr nichts sagt, sag ich auch nichts. Wo kein Richter, da kein Henker. Äh. What? 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 Was ist das denn? Warum geht das? Das ist nicht fair. Warum? Und keiner von euch... Lasst mich hier... Verdammte... Ich hätte so schön... Und ich könnte... Warum... Warum... Jetzt ganze Dachsauern machen können. Mann. Mann. Scheiße. Ah, das ist das Problem, wenn man die Spiele nicht kennt, die man spielt. Naja, das nächste Haus. War das gerade vernünftig, was ich gemacht habe? Einfach hier runter zu hüpfen? Ich glaube, es war zumindest nicht allzu schlimm. Äh... Das Dach muss wieder hier hin. Nochmal anders. Nochmal so und so. Und dann benutzen wir hier das Wunderwerkzeug. Einmal so. Und dann einmal so. So und vor allem so. Was ist das denn? Achso. Das hängt da ja noch so ein bisschen über. Aber mein Kumpel die Hacke wird da sicherlich was gegen haben. Ah. Die Schwertbekloppt. Ist das schön. Was ist das denn? Achso. Moment mal. Ah ja. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Macht alles Sinn. Die kommen auch noch weg. Äh... Du auch. Sofern nicht... Na nee. Ist alles frei. Alles gut. Nicht die Lichter irgendwo. Die lasse ich mal da. Äh... Zumindest fürs Erste. Kann ich immer noch die Treppe runtergehen? Ah. Das ist ja wie geleckt. Wie geleckt. Ich werde bescheuert. So. Jetzt geht es nämlich dann bald. Also hier muss dann eine Wand hin. Und dann muss ungefähr hier noch eine Wand hin. Wollen wir mal gucken. Also... Hier so. Das dürfte in etwa die richtige Abmessung sein. Aber ist das auch das richtige Dingsverhältnis? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das müsste eins daneben. Also, wenn ich das sage, meine ich natürlich dann hier dann hoch nachher. Äh... Auf der Höhe von zwei? Ja, auf der Höhe von zwei. Zwei daneben zumindest. So. Und dann... So drei ungefähr. Na, da, 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 da. Du nicht. Und dann könnte man auch hier drinnen überlegen, ob man nicht irgendwie Holzhons setzt oder so. Das ist vielleicht ein bisschen wärmer als das ganze Stein-Zeugs. Das haben wir ja. Aber gut, Holz ist jetzt natürlich auch nicht mehr so die Massenware am Start. Stein ist es halt definitiv nicht. Also wir müssen schon wirklich mit Holz arbeiten. Zumal es halt auch wirklich Holz ist. Jetzt habe ich schon wieder hier ganz viel Zeugs. Naja. Du kommst mit. Ab in mein Inventar. Ähm... Die Tür ist ungefähr... Hier. Ach hier, auch die Dings. Da muss ja noch der Schornstein hingeknallt werden. Das war's. Holzhacken. Schlauer Kopf sein. Auf, 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 auf. Hacken, 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 hacken. Ach ja. War eigentlich schon jemand in dem Godzilla-Film? Der jetzt läuft. Warum bin ich im Keller? Ich wollte doch gar nicht lachen. Weil ich, äh... Ich streue mich ja so ein bisschen hervor. Noch. Also ich will nicht ausschließen, dass ich nicht doch reinrenne. Aber, ähm... Ich bin halt... Also ich muss halt sagen, ich bin halt A. kein Fan von allzu großen Special Effects. Ich sag mal so, ich geh nicht ins Kino und geh dann da raus und sag, das sah so geil aus. Sondern ich will halt was sehen. Und was... Was fühlen. Ich will gefühltes Kino haben. Sprich, äh... Wenn Michael Bader die 17-millionste Explosion rausholt, aber die Story halt einfach grottig ist, dann ist der Film in meinen Augen grottig. Ich weiß, damit stehe ich im Weiterflur relativ alleine da. Aber so empfinde ich das eben. Oh, guck mal. Achso, mein Info ist voll. Ist doch furchtbar sinnig, hier irgendwas abholzen zu gehen, wenn mein Inventar voll ist. Naja. Bringen wir das mal eben weg. Holzen wir jetzt auch wieder ein bisschen. Ah, geil. Ich möchte im Übrigen nicht ausfließen, auch wenn ich Fly, glaub ich, deaktiviert hab. Was? Fröhnen move? Oh, doch nicht. Ich hab's doch nicht deaktiviert. Äh, ich will wieder runter. Plumps. Ich will nicht ausschließen, dass ich diese, die, den Stein, das Korrigieren, dann nachher im Flugmodus mache. Da dürfte er mir nicht böse sein. So ein bisschen Bequemigkeit muss ja dann doch sein. So, dann machen wir erstmal hier, äh... Ach, das Dschungelholz ist jetzt in meinem Dings. Na, egal. Desert Sand. Hier die komische Treppe, die ich nicht brauche. Kann hier noch hin. Äpfel. Blumen. Wir müssen uns noch was überlegen für die Garten nachher. Nun, die Horten kommen in den Garten. Zinn kann, glaub ich, endlich auch mal weg. Das war mir so wirklich sinnig, dass ich hier mit mir rumtrage. Und hier ist jetzt so erstmal... Nix weiter. Jungle Tree könnte ich noch weglegen. Benutze ich ja eh nicht. Aber den regulären Tree benutze ich. Und zwar für Holz. So. Auf geht's. Weiter. Eden, Architekt Meldrian. Auf dem Weg zur Tat. Ja. Und deswegen, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Wenn ihr den schon gesehen habt, oder generell eine Meinung zu dem Film habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen. Ich würde mich freuen. Also ich hab halt... Es ist halt mittlerweile auch... Ich schätze mal, das ist auch wieder in 3D. Ich mein, es gibt ja relativ wenig Sachen, die nicht in 3D sind. Und mittlerweile wird's mir halt auch echt zu teuer. Bin so... Hab ja erzählt. Bin so ein bisschen ein Sparbrötchen. Und, äh... 13 Tagen für den Film, den ich dann im Nachhinein scheiße finde. Äh... Uff. Uff. Ist halt nicht so schön. Warum muss man mein Handy jetzt mitteilen, dass der Akku leer ist? Was soll das denn? Ich muss dann mal kurz warten. Ich mach mir mal das WLAN aus. Billige Kiste. Komm ja. Und... Uff. Blum, blum, blum. Macht's. Oh. It's dark. So. Dam, dam, dam. Äh... Passt das jetzt noch? Doch. Ja. Natürlich. Äh... Hier komm ich hoch. Genau. Da. Das passt auch alles soweit. Machen wir nochmal dicht. Und ja. Da geht... Also ich geh jetzt nicht so weit ins Detail, dass es nutzbar wäre. Also im Realen, sag ich mal, ist hier noch irgendwie so ein ganz kleines Fach. Und dann kann man da reinkrabbeln und Sachen verstauen. Aber das ist, glaub ich, jetzt für dieses Mindtest-Unterfangen relativ unwichtig. Dass man da irgendwie drin rummusern kann. Wenn man wollte. Da sind so lustige Sachen drin, wie ehemalige Kinderbettchen und sowas. Nicht wundern. So. Da muss ich mal nachher gucken. Das sind hier so mit Tapete und so noch alles vollkleister. Weil ich hab eigentlich weiße Tapete. So. Und viel mehr Deckenhöhe hab ich auch nicht. Dürfte jetzt nicht denken, dass ich einfach keinen Bock mehr hab. Nein. Das ist wirklich relativ... ...geflecht. So. Hm. Zwölf Holz. Ging dann doch schneller als erwartet. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ich mich als verbaue. Na. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Gott. Mir ist nie aufgefallen, dass mein Dachboden so trostlos ist. Naja. Hier rein hin. Eigentlich hab ich die abwechselnd, aber egal. Also ich hab da so drei Deckenflute. Das passt schon. So. Was ist das denn? Uh. Also irgendwie ist es ja schon cool. Aber so ist es halt nicht. Müssen wir da noch anpassen. Leider Gottes. Wieder mal kein Holz. Ich könnte ja einfach mal anderes Holz nehmen. Kreative Freiheit. Ich rufe dich. Flieg und Sieg. So. Nee. Was heißt hier drüben ist glaube ich, da kann man unter die Schräge. Das heißt. So. Was komischer nicht aussehen könnte. in dem Moment. Ähm, gut, das ist ja nach außen. Kurz überlege, überlege, denk, denk. Ja, dann sieht's halt ein bisschen komisch aus. Kann ich jetzt so akkut auch nicht einladen. Zack. Ist das jetzt alles, ist das jetzt alles so? Ja, das dürfte mein Wäsche- Schräg-Schräg-Computerzimmer sein. Habe ich noch eine Lampe? Bin ich noch gelämt? Mal gucken, ja. Eine Mittellampe. Genau wie im realen Leben. Ja, ist doch cool. Und hier so, hier ist dann nachher so Schlafzimmer so. Später. Und da machen wir jetzt was hin, um die Sache zu füllen. Nix, weil ich nichts mehr habe. Und ich werde jetzt nicht anfangen, hier mit Stein zu arbeiten. Das wäre total bescheuert. Könnte höchstens noch mal so machen. Eins, zwei. Das geht da drüben auch, ne? Jo. Ah, hier fehlt natürlich jetzt noch eine Hülle. Hülle, Hülle, Hülle. Ja gut, dann hilft alles nix. Baumfällen. Und mal gucken, wie das Ganze bisher so von außen aussieht. Und da kommt wieder so ein Moment, wo ich mich ärgere, dass ich keine Thumbnails bei YouTube selbst legen kann. Weil mir teilweise echt total bescheuerte Thumbnails vorgeschlagen werden. Und ich muss ganz ehrlich fragen, was soll das? Finde ich halt echt nicht gut. Irgendwie, das ist so, sowas Bescheuertes. Wenn ich so überlege, wie die Leute, die dann so eine Partnerschaft hatten, haben, umklickspoolen und machen und tun. Weißt du, in jedes Video irgendwie so ein Thumbnail reinpacken mit irgendeiner Tittenmaus und Bikini hier und Arschfalte da und hast du nicht gesehen. Hauptsache die Leute haben dann am besten noch so einen Titel wie Tut sich's wirklich? Hauptsache die Leute klicken wie dumm auf dieses Thumbnail, was nichts mit dem eigentlichen Video zu tun hat. Und nachher hast du dann so einen Vlogger, das ist ein Videoblogger, oder Videoblogger. Ich stehe da so ein Vlogger, der da irgendwie eine Stunde lang über irgendwas debattiert. So, aus seiner Kindergartenzeit oder so. Und nein, das ist was anderes als ich. Ich spiele ja nebenher. Ich bin cool. Ich bin kein Vlogger. Und, äh, ich hab dich genau gehört. Du Ratte. Also, Geist fiel ihr. Und, äh, naja. Bin ich immer nicht so ganz zufrieden damit. Und ich, arme Sau, die eigentlich ganz gern einfach nur so ein Bild von Mindhester hinmachen möchte. So einen schönen Screenshot am besten, den ich selbst aufnehmen kann. Wie zum Beispiel Alter. Bro. Bro. So haben wir nicht gewettet, Bro. Danke. Ähm, so zum Beispiel so dieses Haus. Da fehlen noch überall Fenster. Ach nee, auf der Seite sind ja keine. Stimmt. Bro. Ach, da bist du. Ein bisschen böser, Bro. Bad, Bro. Good, Bro. Bad, Bro. Ja, der darf das nicht. Dem ist es nicht erlaubt, Custom-Thumbnails einzufügen. Und ich weiß, da gibt es Mittel und Wege. Ich hab da auch schon so zwei... Aha, ist ja interessant. Was wollen sie mir damit sagen? Was möchte uns der Künstler damit sagen? Äh, ich weiß, da gibt es so zwei, drei Wege, das dann irgendwie doch einzuflanschen mit, äh, Stop-Motion-Picture und Video verlängern künstlich und hast du nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, so wichtig ist es mir halt nicht. Ich mein, ihr habt es ja auch schon gesehen. Dann hab ich halt ein Mindtest-Video, was als Thumbnail ausgerechnet hier dieses Menü hat. Ich kann es nicht ändern. Wenn ich da drei Bilder, die zufällig generiert werden, zur Auswahl hab, und alle drei Bilder zeigen halt das Mindtest-Menü, weil sie halt blöschscheuert gegossen wurden, dann ist es halt so. Aber wenn man sich sowas schon nicht selbst setzen kann, also eigene Thumbnails wählen kann, dann hätte man wenigstens eine Option einbauen können, äh, bitte neuen, neuen Thumbnail erfassen. Also einfach nochmal das Video nochmal durchsuchen und nochmal andere Bilder wählen. Das wäre fair, also man ist immer noch nicht so privilegiert wie ein YouTube-Partner. Aber immerhin, wenn man so ein richtig beschissenes Bild erwischt hat, kann man da wenigstens dann nochmal, nochmal was tweaken. Dass man was Schöneres hat. Nichts, was man sich selbst auswählt, aber halt was Schönes. Aber nein. Nein, nein. Lieber doch nicht. Was wäre, was wäre unser aller, äh, Lieblings-YouTube, wenn's freundlich wäre. Trotzdem wäre es eine schöne Funktion. Sollte ich vielleicht mal irgendwie so ein Feature-Request starten oder so. Und draußen sterben die Geister, wie sich das gehört. Apropos sterben. Mir fällt gerade auf. Oh je. Oh je, oh je, mir ne, mir fällt gerade auf, ich hab eigentlich Fenster im Flur. Und zwar in der Schräge. Also hier so. Ich hab mich gerade gefragt, warum es hier so dunkel ist. Also hier ist klar, hier ist dunkel, weil das Fenster, na komm. Ja, warum hab ich auch immer zehn Äpfel dabei? Das Fenster und auf der anderen Seite genau das gleiche Fenster fehlt. Aber in der Mitte, das wird ja interessant jetzt. Josh. Josh. Ganz ehrlich, Josh. 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 Nächstes Lied. Josh. Alter. Wie viel Pech kann man haben? Das ist immer eine 50-50 Chance. Also ich hab's ausgewogen. Es gibt genauso viele Josh Woodward-Lieder wie andere. Und das ist eine 50-50 Chance, dass ein Josh Woodward-Lied kommt. Josh ist ein Glückspilz. So. Ja gut, dann muss ich hier nochmal jetzt quasi kurz nochmal so aufmachen. Ist aber alles kein Problem. dann verschieben wir die ganze Wand einfach eins nach hinten oder zwei. Künstlerische Freiheit und so. Und dann hau ich da mein mein Dachfenster rein irgendwie. Das geht schon. so. 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 Tab. Tab. Und dann geht das nämlich hier so strack. Und dann hau ich hier da irgendwas. Genau. Hau ich da irgendwas rein. Das geht schon. Geht schon. Geht schon. Machen wir uns keine Sorgen jetzt. Oder machen wir ganz low. Ganz locker. Easy come and easy go. Schade, dass es keine Textur für... Also ich glaube zumindest, dass es keine Textur für Schornsteine gibt. Ich würde mich damit aber gleich nochmal befassen. meinem integrierten Craftguide. Ähm. Ja. Doch. Dann muss das da oben natürlich zu. So. Jetzt habe ich natürlich kein Mittel. Äh. Ist aber kein Problem. Ging es so? Scheinbar nicht. Ging es so? Scheinbar nicht. Ging es so? Hallo? Warum kriege ich denn kein Oberlicht? War das neu so schön einfach? Ach da. Bisschen over the top jetzt mit den neuen Stück. Die bräuchte ich nicht. Aber gut. Ähm. Hier haben wir hier zwei. Äh. Pop, 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 pop. Mh, mh, mh. Diddlidlid. Komm her. Wir sind ja gar nicht so. Dann machen wir es ganz plump. Die sitzen dann hier. Genau. Okay. Ähm. Seid mir nicht böse, wenn ich ein bisschen wortkark bin. Man muss halt gerade auch echt mal überlegen, wie ich das jetzt deigste. Bin noch nicht so gut in sowas. Ich glaube, ich mache das anders. Ich mache das so. Und links und rechts kommen einfach hier. Äh. Sowas hin. Dann ist das bündig. Das sieht aus wie Harry. Ich weiß es jetzt schon, dass das nicht toll aussieht. Mh, machen wir, machen wir. Das machen wir jetzt mal ganz unkonventionell. So. Dann trifft das in etwa den... Das trifft in etwa den Charakter. Gut. Gut. Also Dachboden bis auf die Inneneinrichtung natürlich erstmal in meinen Augen fertig. Jetzt muss ich doch nochmal so ganz trocken dreist sein. Jetzt kommt der hier wieder nicht hoch. Ich baue hier echt gleich eine Leiter hin. Das mache ich jetzt auch. Künstlicherische Freiheit. Yay. Mehr Leitern braucht das Land. Komm her, du. Du Stick. Stick, Stück, Stück. So. Mehr brauche ich nicht, oder? Na komm. Jetzt ist mir dieses Ding da am Weg. Naja, okay. Ach, du siehst... Ich habe es... Hässliche erwartet. Es geht. Oder? Durch die zwei abschließenden Dinge? Jo. Achtung, Achtung, Achtung. Das machen wir folgendermaßen. Äh, hier kommen noch die Teile bei. Also, so. So. Ja, klar. Wollen wir uns nicht übertreiben. Ja. 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 Ist okay. Lass sie gelten. Künstlerische Freiheit. Ja. Wort kaum buchstabieren kann. Nutze ich es doch gerne. War das hier schon immer so zugig? Mist. Habe ich noch Steine? Ja. Warum ist das nicht gepflegt? Ich dachte, da wäre ich eben drangegangen. Hm. Egal. Jetzt ist es gepflegt. Tada. Yay. Hier ein Fenster? Ja. Habe ich. Und hier? Ach, das ist auch so ein bisschen... Quitschel, Quatschel. Ich habe schon wieder keine Steine. Es tut mir so leid. Ah. Auf ein neues. Geronimo. Mal eben den Knöchel angeknackst. In ewiger Suche nach rotem Stein. Ein Pool. Hier mache ich nachher einfach einen überdemensivierten Pool. Ganz faul. Naja. Töp, töp, töp. Hat jemand von euch durch Zufall... Fällt mir gerade ein. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich bin... Also das... Beziehungsweise ich muss voraussetzen... Oder vorausschicken. Ich bin kein Fußballfan. Ich kann die allgemeine Begeisterung... Für... Ähm... Fußball nicht ganz nachvollziehen. Ähm... Aber... Ich habe mich nämlich mal durch... Ein paar Freunde, die da schön am... Am gucken waren. Und das auch über WhatsApp geteilt haben. Mich dazu bereitsteigen lassen, doch mal... Im HR-Fernsehen auf dieses Spiel zu schalten. Bielefeld gegen Darmstadt. Relegationsspiel. Ja, ich habe ein paar Vokabeln gelernt. Und... Ähm... Ging also darum, ob... Ähm... Ähm... Darmstadt aufsteigt... Und Bielefeld absteigt... Oder Bielefeld bleibt... Und Darmstadt quasi bleibt. Also zweite und dritte Liga jeweils. Ähm... Und was soll ich sagen? Denn... Wie gesagt, ich mag keinen Fußball. Prinzipiell mag ich keinen Fußball. Aber das Ding... Ne? Das war echt ein Krimi. Also... Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe aus Spaß hingeschaltet. Ich wollte mir dieses... Dieses komische Debakel mal angucken. Und wollte halt verstehen... Wo jetzt bitte das Problem ist mit diesem Spiel. Warum da so... Im Chat so ein Hype gemacht wird. Das war echt gut. Also ich saß nachher da und... Hab... Dann doch... Zu meiner Schande... Muss ich das gestehen... Richtig mitgefiebert. Bei der... Ihrer Balleschubserei. Hätte ich nicht gedacht. War richtig spannend. Ich habe es dann... Äh... Darmstadt auch richtig gegönnt. Am Ende. Also irgendwie... Das war dann Verlängerung. Und in der 122. Minute... Also in der Verlängerung der Nachspielzeit... Haben sie das entscheidende Tor noch geschossen. Und vor allem in der 124. Minute... Durch den ganzen Torjubel und so... Haben sie halt nochmal 2 Minuten draufgekriegt. Und in der 124. Minute... Wäre fast noch das Gegentor gefallen. Was wiederum alles gekippt hätte erneut. Aber... Ist nicht... So knapp. Und... Ja, muss man gesehen haben. Vielleicht habt ihr es ja in den Nachrichten gesehen. Ich nehme mal an. Es ist ein bisschen über den Äther gegangen. Warum gehe ich denn schon wieder hier hoch? Stein. Irgendwas mit Stein. Genau. Und die Optik vom Außendach wollte ich noch anpassen. Zack. Hier vorne. Ja. Und das sage ich als Nicht-Fußballgucker. Ich hätte es nicht gedacht. Und doch hat es mich gepackt. Aber dafür ist jetzt auch erstmal wieder Ruhe bis zur WM. Und äh... Ja. Ich muss mich aber mit dem Thema Fußball generell nochmal ein bisschen genauer... ...befassen. Ich würde gerne mal was dazu machen. Also auch mal ein bisschen dazu blubbern und labern und reden und tun. Das Problem ist nur ganz einfach, dass ich mich zu wenig damit auskenne. Soll heißen... Soll heißen... Jetzt sieht der Raum da unten natürlich total scheiße aus. Aber den werden wir eh tapezieren. Äh... Soll heißen... Klar, ich könnte jetzt sagen, dass ich Fußball nicht mag und überhaupt ein bisschen darüber herziehen. So diese typischen Sprüche, die man halt so hört. Von wegen, äh... 11 Idioten... Ne, 22 Idioten laufen einem Ball hinterher. Höhöhö. Und ähm... Aber dafür ist meine Kenntnis halt einfach zu tief. Und ich mag mich erstmal mit dem... Äh, nicht tief genug. So rum. Und ich mag mich erstmal mit dem Thema beschäftigen, bevor ich da aus allen Kanonen feuer. Eben weil es so ein... Ist ja tendenziell auch so ein streitsüchtiges Thema. So ein bisschen. Nicht zuletzt hält er ja bei manchem sehr viel Herzblut dran. Bei seiner Mannschaft. Und von daher halte ich mich da erstmal... Bevor ich nicht mehr weiß, halte ich mich erstmal geflissentlich zurück. Als Nicht-Fußballspieler oder Möger. Das einzige Mal, dass ich Fußball gespielt habe, war von meinem fünften bis zu meinem achten Lebensjahr. Und dann hat es mir schon keinen Spaß mehr gemacht. Vielleicht bin ich deswegen auch vorbelastet. Ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Verlascht. Verlascht. Schmerzt nicht. Ähm... Da ruft gerade wieder die künstlerische Freiheit an. Und fragt, ob ich noch ein bisschen Zeit für sie habe. Und was soll ich sagen? Ich habe Ja gesagt. Wenn so eine künstlerische Freiheit vor dir steht... Und dich mit netten... Mit Rehaugen fragt, ob du Zeit für sie hast. Dann sagst du halt auch nicht einfach Nein. Ist halt so. Also nicht... Das ist jetzt im... Realen ist das nicht so wirklich. Aber hier... Ich habe mir so gedacht... Sieht sie gegebenenfalls ganz nett aus. Und außerdem komme ich dann mit ein bisschen Glück da hoch. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Jetzt hängt natürlich das Dach da so... Übers Glasdach. Naja, egal. Man läuft ziemlich hoch auf dem Glasdach. Dafür, dass es so weit unten ist. Egal. Warte, will ich schmeckern. So. Äh... Gehen wir uns noch mal die totale... Ach so, ich wollte gerade sagen, hier fehlen die Fenster. Aber hier fehlen sie ja gar nicht. Doch. Da fehlen sie. Wahrhaftig. Da fehlen zwei Fenster. Hier sind keine. Im Untergeschoss. Kommt, Fenster gibt es noch. Peanut Butter. Was ist eigentlich mit euch los? Warum digitiert ihr hier so rum? Gebt mir euer Zeug. Gebt mir euer Zeug. Jetzt esst mal wieder ein bisschen Gras. Weil es kommt. So. Wohnzimmer, Wohnzimmer, Wohnzimmer. Das Fenster dürfte sein genau hier. Wenn man ins Dings reinkommt. Und schräg ist da. Ja, hier so. Ja. Entenwäder ist auch geklärt. Einmal Fenster. Rino. Und mit diesem schönen Nachtausblick schicke ich euch in die Pause. Also schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Hau da rein. Und tschüss. Ja. Und es ist die beste Liste. Und es ist die beste Liste.